Wir sind immer noch ein wenig geschockt und Katja möchte mit uns reden. Kann ich bitte erst mal mit dir entscheiden uns erst mal für dich. Toll was hier alles mit ansehen muss ey, warum gehst du auch nicht zurück ins Mobil? Jetzt sind wir ja nur noch wir und Ben! Jetzt wurde der gebissen oder was? Scheiße! Oh nee! Oh kacke! B? Toll, der ist mit uns boogelt vor mir. Okay, danke! Ja, richtig! Ja, deswegen haben wir auch gesagt, dass wir immer sind. Oh Gott! Na super! Der nächste Schock fürs Kind! Die ist schon völlig platt! Ja Clem! Geh mal vorwärts, vielleicht kannst du auch mal den Klaus drauf machen. Kann nicht vorwärts gehen! Oh! Na dann geht nur Clem! Baby! Oh Gott! Oh! Noch nicht! Wahnsinn! Ähm.. Muss sich übergeben. Dann renn sie weg. Ähm... Ähm... Ja. Jetzt schlägt dieses Monster hier mit dem Wohnmobil Noch ist er kein Monster Also nicht Ben sondern der Gutes Kind Gott sei Dank Warum hast du das denn? Kann man in einer Musiker machen? Ich glaube nicht dass es noch Radiostationen gibt Der zittert doch schon Oh Wer will Arsch und zwar Alter was ist denn jetzt los? Ich drücke doch wie beklappt Oh mein Gott Was? Scheiße Scheiße Erschöpfung Alter Du kannst doch doch nicht mit uns machen Böses Spiel Oh mein Gott Die sind ja wie komische Schuhe eigentlich Oh Gott dieses Helm Lockiert durch was? Ich will gar nicht Ich will das wirklich wissen Was jetzt? Oh 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 Alter Oh Kinder das könnte uns nicht antun ne? Können wir den nicht mit ein bisschen weiterschieben? Ja Kein Problem Alter der Duck ne der liegt schon schön mit der Nase an der Halsschlag an seiner Mutter Ja Oh Andererseits Klembert Klembert wüttert Wir beide ne Wir beide ne Ja Gib ihm doch mal Blut Was? Du denkst du da könnte etwas gefährliches sein? Ein abandontes Lokomotiv? Ja Na ja Ich wäre vorsichtig mit dem Waggon Ja Und mit Ben Das wollen wir mal nicht ausachten lassen Ben ist noch so speck Da muss man vorsichtig sein Ja Aber irgendwie wirkt er auch als könnte er keine Fliege Was zu lange tun Ich glaube der ist so blöd Der weiß nicht mal was Hinterhalt bedeutet Ich glaube der ist nicht blöd Der ist einfach nur Nur sehr Doofer Aber lieber Ne ich glaube der ist einfach nur Weiß auch nicht Ruhig Sehr ruhig Und ich glaube schrecklich naiv Oh Oh Zalando? Oh Oh Schleifern Ja das kann der ja so gut Der ist mir Ne Dicket dicket Ja Na Was ein Zufall Na Also ähm Den Schienen folgen Kannst du noch gehen Hier trinken Guck mal Oh Ja aber Ja aber Genau Ja der ist ja eh schon halb Blut Den kann man damit noch füttern Ja Na ja Ist doch wahr Ach guck mal hier Ernst August Reden wir doch erstmal mit dem Der hält so toll Wache Ja ne Na du Na du Wie der schon guckt Ich musste einfach fragen Ist egal Also ja Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht Ja Das ist gut Eigentlich nicht fragen glaube ich aber Ja Ja Das ist gut Ja Ja Ich will meine Familie beschützen Solange wir denen was geben Tun die uns nichts Ich weiß es nicht Das wäre ja noch härter Ja Ich dachte vielleicht war es doch Carly Und die sagt es uns einfach noch nicht Oh scheiße Guck erstmal an vielleicht Achso Ja reiß auf die Tür Ist ja nur Maschine dahinter Maschine Oh Das wird Das wird Nicht 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 Na Scheiße Dann nehmen sie noch eine Tür Und noch eine Und noch eine Stört Carly nicht macht sie trotzdem gnadenlos auf Oh Krabbeln Nehm ich mit Oh 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 Der andere auch Na klar Nice Na denn Wenn es schön ist, nehmen sie auch mit Achso Ich muss mich entscheiden Hm Achso Dann müssen wir bestimmt noch rausbekommen welches davon wir brauchen Na okay Was ist das hier? Ops Oh Das wollte ich nicht Na ja Ist ja egal Wir müssen eh erst noch rausfinden was wir brauchen Genau Was ist da? Du hast die jetzt übersprungen die eine? Ne Es sind drei nur Ach ne es sind vier Die hatte ich Die hatte ich Die hatte ich nicht Ja Wenn dann hast du ja ein Schädelspaltwerkzeug Ne ich hab jetzt das andere Ding eingeschleckt Ja na ja also ich meine Den Schraubenschlüssel Darauf einschlagen Ist ja instinktiv Instinktiv schon die richtige Tür genommen Ja Gewusst dass da nix drin ist Typisch Frau Mann wie ist das ein bisschen gedreht Brauchen wir dich noch mal hören Auch nix drin Uiui Überraschung Mach wieder zu ihr Das ja bringt ja nix So Aber an dem Scheitergedöns können wir ja auch nix dran rumschrauben Ach guck mal da Guck mal hier ist eine Tür Da kann ich Erst mal reingucken Hut Hut Shit Uuuuuh Ach toll Ben komm mal her Mach da mal weg da Ich will mein Schädelspaltwerkzeug Ja dann nimm das andere Ich komm nicht mehr zurück Verdammt Na dann hier Nicht schießen Um Gottes Willen viel zu laut Wusste ich doch Ich glaub der ist schon Ich glaub auch Ich glaub der ist schon Ich glaub auch Ja Wie er da hängt Der hat Kari Das hab ich genau gesehen Da haben die glaube ich alle Der dann irgendwann Kommt von viel im Blut Ah die eben das Auge hängt Der ist doch mal scheiße Himmelarsch Und Zirn Schon wieder Himmelarsch Und Zirn Ah Guck Licht Nicht Oh Ben Oh du voll Idiot Warte mal hat der Ahnung davon? Sollte der so was wütlich sein? Was? Wie? Na toll Denk mal Oh Gott Kann jemand mal draußen nachgucken? Äh Y Ja Ja Aufpassen kann er Warum soll jemand dir aufpassen? Mann Kann man ihn jetzt bitte zurückholen? Ich will ja gerne rausgehen Und Katja jetzt erstmal die Pulle geben Do it Vor allem kann ja so schwer nicht sein Wär toll Ich würde auch gerne wissen wie man den Zug fährt Dann könnte ich nämlich beim Streik einfach mal Wutag darf ich machen? Ich habe da ein Spiel gespielt Ich weiß inzwischen wie das geht Rutschen sie mal Achso sie sitzen ja gar nicht drin Na dann Wo sitzen die denn jetzt? Hier vorne waren die da irgendwo Ja ich dachte auch Ja ich dachte auch Ahja Auch klemmt Baby Hey Sweet Pea You okay out here? Nicht so ha? Mir auch nicht Kinder wer hat denn das übersetzt? Google Übersetzer Ist das schlecht? Ist das schlecht? Feierabend machen Feierabend machen Are you okay? I know you are fond of her I know you are fond of her Ich bin da, mir wird das ja hart Ja das geht Ja das geht Sie ist tot jetzt Ich hätte ihr die Waffe gelassen Ich hätte ihr die Waffe gelassen Das könnte viele Dinge sein, oder? Ja Ja Sein Körper ist wahrscheinlich gegen das was in es Genau Anyway Let me know ob irgendwas hier Ken took off in a hurry Wir denken der Train muss eigentlich funktionieren Wie Wie Ich habe keine Ahnung An gucken Irgendjemand in der Bedienungsanleitung So hier Pulle da Wie man eine zufährt Für Dummies Das ist Oh Gott Alter, er ist gegen Bienen Nachher er rettet ihm das andere Leben so gut, oder? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Der Mann in der Cabe wusste wohl Ja, aber er spricht nicht Er musste es irgendwo lernen Sag ich doch Der hat irgendwas Jemand einen Entzug fährt für Dummies Ja Der hat bestimmt noch irgendwas in der Tasche Wir wollten ihn ja eh noch nie angucken Gehen wir doch mal da wieder hin Hauptsache Duck verwandelt sich jetzt in der Zeit nicht Ah ja doch ist ja nicht tot Ob Zombies auch unterschiedliche Intelligenzen haben oder ob Duck daran auch so ist Oh ich weiß erst mal in dem Baumstamm Sieht auch lecker aus Ich weiß es nicht Eine interessante Frage Wo ist denn hin, der Klotz? Das ist die Tür Das ist Kenny Ah guck mal hier Da Niemand einen Einzug fährt für Dummies Oh Oh Na toll Auch das auch Das Kind unten links war aber Zwei schrecklich Zwei schrecklich dicke Kinder Achso ich dachte man könnte es mitnehmen Oh was hängt hier Ich weiß ja wie es geht Clem hat bestimmt Stift mit Hehehehe Richtig Clem, Clem, Clem Ich kann nichts mehr sehen Kann ich das mitnehmen bitte? Nö Lass das doch hängen Stift gut da Ja Das hat denn Kenny noch Hey Kent What's up? What's up? What's up? Wir brauchen etwas von dem Zug Fuhr Wir sollten Lilly nicht zurücklassen Wir hätten sie nicht zurücklassen dürfen Ne Ja richtig Naja Ich geh mal mit Clem reden Ich geh mal mit Clem reden ne Die hat bestimmt einen Stift Jo Hat sie bestimmt Oder Ben Und der hat dann doch mal was Gutes Also Daran würde ich ja jetzt direkt Zweifeln Klemmi Baby Klemmi Baby Stifti Stifti Kannst du danach gerne haben Da sind ja noch mehr Blätter drauf Hast du einen Stift mit? Oh du bist so ein Du bist so ein Der hat nichts Der kann nichts Oh Vielleicht da drinnen lang Da drinnen ein Stift? Ich guck mal hier Sie meint ja vielleicht im Wohnmobil Ja ja Und danach nochmal im Zug Clem traue ich ja direkt ein bisschen Intelligenz zu Bei Ben ist das ja eher Da Da Kann ich es bitte Lass mal die Kamera wiederfinden Dieser Bananashake da vorne Was ist das? Kann ich da Kann man nicht krabbeln? Nee Schau mal Jetzt die Bananenmilch Jetzt die Bananenmilch Oh geil Da gehts raus Richtig geil Bananen Erdbeermilch Nee doch nicht Mit beides drin Mit beides drin Hier für die Für die Für die Für die Für die richtigen Fans Wollte ich dich fragen Ich habe neulich im Regal gesehen Von Alpro Soja Diese Mandelmilch Hast du die schon mal probiert? Nee aber ich kenne Mandeldrinks Und also bisher hat mir noch kein Mandeldrink geschmeckt Weil ich hatte einen Joghurt von Landliebe Der war auch mit Mandeln Und der hat richtig gut geschmeckt Ja Aber den Mandeldrink Also bisher hat mir noch keiner geschmeckt Deswegen nehme ich immer eine Made Und mache dann Erdbeermilch Erdbeermilch Ja Nee Also Oh warte Ich schreibe mal kurz auf 6,5,9,9 Das ist die Knopfreihe rechts Das habe ich schon gesehen Und das ist die Schalterstellung Unten, unten, oben, oben, oben Unten, unten, oben, 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 unten, oben, 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 unten, oben, oben, 5 Ja Waagerecht Senkrecht Waagerecht, senkrecht Okay 9 9 Nach links drehen Den Schalter nach links Und dann nochmal nach rechts drehen 9 Schalter nach rechts Check Check Ahja, hier Genau Da geht das Nee Neee Daneben 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 Was soll liegt denn da? Lebt die Ente nach? Oder frisst er schon seine Mutti? Hier Ich hätte ja einen hier B Vielleicht Nee Nee Dann war es nur A Hier ist es doch das, ne? Steuerpult A Ja Also Sechs Sechs Unten, unten Oben, oben Unten, unten Oben Oben Den daneben auch nach oben Oben Nochmal oben Oben und dann unten unten Ne, oben, unten, oben Richtig Also den ganz hinten noch nach oben Unten, oben Fünf Hier Da Den linken auf Den linken drehen So Und den rechten lassen Den rechten so lassen Ja Hier ist jetzt Jetzt neun irgendwo Ich glaube neun war draußen Drei Vier Nee Zwei Oder bei Kenny Nee Neun kann natürlich das draußen sein Ja Acht High Voltage Das, 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 was draußen noch nicht ging Den Schnömpel, ne? Genau Einmal links, einmal rechts Das ist der bestimmt Das ist der bestimmt der draußen Dann hängt Wenn die Ente noch liegt Ich weiß, wir sind eigentlich schon drüber mit der Zeit Aber das möchte ich jetzt gerne noch machen Richtig Stand hier nicht? Ich dachte, hier stand eine Zahl dran Doch, mir war es auch so Da Neun So, wie war das? Erst nach links Also erst Y Und dann nach rechts Und dann nach rechts Und dann nach rechts Ich meine nicht, dass das jetzt ein riesen Rätsel gewesen wäre, aber wir sind so gut Das Ding ist aber laut Das Ding ist laut So, was? Wir sind über die Tränen an 40 Meter pro Stunde Ja, ja Das ist ja nicht Okay, ja stimmt, okay Oh Gott Ja, dann fährt der ab nachher und wir Nee, nee, können wir nochmal bitte zurück irgendwie Ja, das können wir ja in der nächsten Folge anschauen Aber jetzt läuft die Maschine erstmal Und wir gucken mal, wohin sie uns in der nächsten Folge führt